Hey Leute, der Neid mir hier. Ich bin gerade Mörder angepisst. Wieso müsst ihr nicht wissen? Ich hab ein Energy hier und jetzt spielen wir einfach mal das härteste Spiel der Welt. Okay, ich glaub, mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Ich hab's schon mal einmal gezockt, ich bin bis Level 10 gekommen. Weiter nie. Ohne große Vorrede, äh, oder sonst was. Einfach Play. So, okay. Oh Gott. Oh Gott. Und ich bin gestorben. Okay, gut. Noch ist ja alles ganz easy, vergleichsweise... Wie bin ich? Egal. Vergleichsweise relativ... Alter. Vergleichsweise relativ easy. Ernsthaft, ich verscheiße im Level 1 schon so oft. Ich hab's echt nicht mehr drauf. Ich hab kein Skill mehr, was zu... So, geht doch. Jetzt bin ich hier hinten. Da, da, weiter. So, Level 2. Okay, kein Ding. Kann ich machen. Weiter, 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 weiter. Schnapp und... Ne, sich jetzt aufzuregen wäre unnötig. Zumindest noch. Ach, ja. Klar. Okay, weiter als ein Feld komm ich ja nie. Oder ich könnte es schaffen, aber... Tschüss. Okay. Ach, ja. Ach, ich bin der da. Stimmt, ja. Ich bin gar nicht der Gelbe da oben. Ähm... Hab ihn. Und... Ja, oh, klar. Natürlich. Hm. So. Und wieder raus. Geht doch ein Stück Energy eben. Das wird ein bisschen strange. Los, 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 los. Geschafft. Äh, don't just jump right into a level you never... Ach, was weiß ich. Hm. Ähm, wo bin ich safe? Da bin ich safe Dann bin ich Da safe Okay, 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 okay Alles easy Und safe, okay Ich bin da unten safe Genau, hier Alles easy, alles easy Weiter, 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 weiter Und, oh mein Gott Okay, noch ein Stück Energie Ähm, hier safe Okay Hier safe Das letzte Mal, als ich bei Level 10 bin Bin ich so ausgerastet, dass ich irgendwie Den Bildschirm geschlagen habe Ähm, naja, war ja nicht mein Bildschirm Hm Oh, okay, okay, okay Uncool, uncool, uncool Wo bin ich safe? Erst da oben, was? Uh, okay Ähm, hier bin ich Okay, weiter, weiter, weiter Und safe, okay Ähm, hier bin ich safe Hier, ah, und da war ich nicht safe Okay, ähm Hier Safe Mitte Alles klar Äh, hier Ach, komm Mitte Ähm Okay Ach, hier bin ich die ganze Strecke safe Fast, oder was? Okay Wo noch? Dann hier in der Mitte Wow Meine Fucking Fresse Ähm Da Okay Ach, da bin ich auch fast die ganze Strecke safe Da bin ich die ganze Strecke safe In die Mitte, in die Mitte Okay Ähm Hier verscheiß ich ziemlich oft Oh, komm, das war jetzt like a pro Okay Zwölf Tode bei Level 36 Okay Ach, uncool Hm Ah, uncool Hm Jetzt nicht unkonzentriert werden Hm Oh mein Gott Ähm 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 Jetzt Okay, das hab ich Den hab ich Jetzt Okay Hm Alles cool Ich werd mal versuchen, mich nicht aufzuregen Ähm Ich bin mir sicher, es wird bei einem Versuch bleiben Äh Oh, heilige Scheiße Hm Oh, ich bin da reingelaufen Oh, come on Bitch, please Hm Okay, jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller Äh, oh mein Gott Oh, wow Okay, 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 okay Ach, ja, genau Klar doch Ähm Hm 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 Okay Weiter, 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 weiter Hm 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 Boah Gesehen, gesehen Das war Hammer Hm Okay Komm, jetzt hab, jetzt packe ich das und nächstes Level, okay Wie schnell kannst du sein? Ach ja, das Ähm Hm So Ohne Scheiße, jetzt muss ich den da Äh Ach, fick dich Hm 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 So Okay Jetzt den da unten Oh mein Gott Äh Mal gucken, ob ich überhaupt bis Level 10 komme Meine Augen bluten Aber ich muss sagen, die Musik ist Ja, klar doch Klar Ja, natürlich Natürlich Die Musik ist geil Alter Ich hab den doch gar nicht berührt Und so Ähm Okay Alles klar Alles klar Boah Ich sag euch, da kommt man mit den Bällen durcheinander Woah Hm Weiter Oh mein Gott Ähm Äh Jetzt Uhuhu Immer ein bisschen weiter Durf, durf, doch nicht Oh oh Ich merke, ähm Es wird langsam ein bisschen böser bei mir Das sollte nicht passieren Ich möchte sachlich bleiben Ich bin mir sicher, es wird nicht passieren Äh Äh Okay Safe Doch Oh Alter, alter Nicht cool Nicht cool Nicht cool Nicht cool Nicht cool Das Spiel ist so unnötig Ernsthaft Wieso macht jemand sowas Oh Gott Oh mein Gott Wieso schaffe ich es immer bis hier Und nicht weiter Äh Äh Genau, gut so Ähm Ach ja Ähm Nein Nein, das war nichts Ähm Und das wird nichts Ähm Wie klingt das nochmal Also erst den da unten holen Ach Das war scheiße Lauf, 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 lauf Äh Nein Okay Das Ich werde sterben Ich bin gestorben Ähm Ich werde sterben Ich bin gestorben Ähm Ach Gott Verdammte Alter Oh Deine Mama Hm Nein Nein, wie Oh Gott So Halt Was Was Okay Den habe ich Alles klar Ähm Die Frage ist Wie kriege ich jetzt nochmal die anderen Ich werde sterben Ich werde sterben Ich werde sterben Ich werde sterben Ach ja, klar, 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 klar Äh Ja, natürlich Mit mir kann man was machen Okay Den habe ich safe Boah Okay, wie ich ja da unten drankomme weiß ich ja jetzt Hm Ach Gott Komm Was, 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 was Einmal darum Okay Ich werde sterben Ich werde sterben Ich werde sterben Ich werde ich Ich lebe noch Ich bin tot екс Oh Gott Oh, Gott, dieses Spiel Kann man es als Spiel bezeichnen? Nein Jetzt, 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 jetzt Hab ich ihn, hab ich ihn, hab ich ihn, hab ich ihn Weiter, 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 한번 Oh, ja, natürlich. Er war schneller als ich. Okay. Soweit war ich bis jetzt ja immer. 47 Tode. Oh mein Gott. Ich bin so ein Noob. Weiter, 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 weiter. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh Gott, der ist festkommen. Der ist... Wow. Oh, ach so, dieses Level. Okay. Oh, komm. Wow, wow, gesehen, gesehen, gesehen. Hä? Jetzt. Nein, zu früh. Wow, was? Like a Pro gesehen, hä? Verdammt. Okay. Ach, verdammt, da bin ich gegen den da geknallt. Ach, verdammt. Okay, die ersten beiden sind einfacher als ich dachte. Eben, Schluck Energy. Okay. Ich muss auf den da unten auf jeden Fall aufpassen. Hey, komm, das Level habe ich doch auch geschafft. Okay, das war ein bisschen schwer. Jetzt. Ach. Oh mein Gott. Darauf noch ein Schluck Energy. Ich sollte nicht so viel nachdenken, sondern einfach nur zocken. Ja, komm. Komm. Oh mein Gott. Ähm, nicht aufgepasst. Ähm. Mehr zocken, weniger denken. Das hier wird ein bisschen strange. Jetzt die beiden, die letzten beiden. Ähm. 3, 2, 1, jetzt. Hm. Oh Gott, ich darf nicht den da treffen. Oh mein Gott, noch ein Schluck Energy. Okay. 3, 2, 1, jetzt. Ah! Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Okay. Okay, den habe ich. Falls ihr merkt, dass euer Herzschlag bei solchen Spielen in die Höhe geht, äh, dann taugt ihr es richtig. Wenn nicht, verpisst euch. Okay. Hm. Cool, cool. Sehr tief. Ähm. 3, 2, 1, jetzt. Oh mein Gott. Ähm. 3, 2, 1, jetzt. Oh. Verdammt, jetzt habe ich meinen Laptop gehauen. Ähm. Hm. Okay. Oh. 3, 2, 1, jetzt. Hm. Hm. Ach, komm. Ah. Ja, klar, 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 klar. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Hm. Es sieht so einfach aus. Das nächste Level sieht einfach aus, ist aber total grindcore. Irgendwie komme ich gerade vorher nicht mehr drauf, klar. Äh. 3, 2, 1, jetzt. Ach, ja, klar, klar, klar. Hm. Was? Oh, komm, ich habe ihn doch nicht mit einem Pixel berührt. Das Spiel hat... Ach, vergiss das. Hm. Ja, klar, 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 klar. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber, hallo. Aber, hallo. Hm, natürlich. Aber hey, ich muss sagen, ich habe mich bis jetzt noch nicht wirklich aufgeregt. Außer, okay, dieser eine Schlag auf meinen Laptop, aber das war... Ähm, das zählt nicht. Okay. Okay. Oh Gott, bei dem Game schiebt man voll die Paras. Ja, klar, ich habe eine Runde überlebt, wo ich da gestanden bin und dann auf einmal nicht mehr. Natürlich, natürlich. Hm. Oh. Oh, Gott. Äh. Oh. Wenn ich jetzt auf einmal sterbe, während er mich... 3, 2, 1, jetzt. Alter. Klar, klar, klar. Was? Oh, natürlich. Oh, hier natürlich. Hm. 3, 2, 1, 4. Hey, komm, das macht doch keinen Spaß mehr. Hm. Ey, ich rushe da gleich einfach so durch, dass ich... Dass ich so keinen Bock mehr habe. Drei, zwei, eins, jetzt. Ey, komm, fickt euch. Am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch. Lück mich an der Klöte, ist mir doch egal. Ach ja, natürlich, ich renne gegen einen, der sich nicht bewegt. Oh ja, und dann renne ich gegen den, der sich bewegt. Ich bin so ein Gott, und bis hier habe ich es so geschafft. Ist mir doch alles egal, fickt euch. Ja, und da oben bin ich gestorben. Ist doch egal, ist doch alles easy. Ja, und natürlich renne ich wieder gegen den, der sich nicht bewegt. Klar doch. Und oh ja, bis hier habe ich es geschafft, das ist doch schön. Denn bis hier habe ich es auch geschafft. Und ja, ich renne da oben gegen den, der sich bewegt. Alles easy, und natürlich sterbe ich erneut. Komm. Alles easy. Komm, Brofist. Ja, Game. Bestes Game I've ever. Ja, hallo, aber total. Gott, verdammte. Homo-Scheiße. Hm. Ja, und? Alter. 90 Tode. Ähm. Bin ich der Einzige, der jetzt denkt, dass er mich treffen soll? Ach, egal. Klar doch, er trifft mich. Hm. Okay, okay, okay. Ich mache noch ein paar Rushs. So, bis 100. Und dann zocke ich wieder ernsthaft. Ja. Ja, 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 mhm, 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 m hier langsam. Okay, so, ab hier muss ich wirklich ein bisschen denken. 3, 2, 1, jetzt. Ja, so geil! Okay. Oh ja. Das ist wirklich härter, als es wirklich aussieht. Okay. Ja, also ich bin bis da... Was? Oh Gott, ich bin bis da unten gekommen. Bis da ganz unten, das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen. Moment. Bis da bin ich gekommen. Okay, so. Das war mein Maximum. Weiter bin ich nie gekommen. Ja, klar, 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 klar. Ich reg mich doch bei so einem Game nicht auf. Oh mein Gott, oh mein... Okay, okay. Alles cool, alles cool. Das einzige, was ich hier will, ist Droppelmann fertig machen. Das ist alles. Ja, 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 ja. Klar, 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 klar. Fick doch, ich fick doch, ich fick doch, ich fick doch. Natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Ey, komm. Fuck, das war zu... Okay, ähm... Wenn es so weit... Ja, alter, ich hab doch... Bewegt dich doch... Äh... Ja, natürlich, natürlich. Ähm... Bewegt dich, bewegt dich, bewegt dich. No! Okay, das war mein neuer Rekord, das war mein neuer Rekord. Das wird festgehalten. Ah, ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, wie weit Droppelmann gekommen ist. Ich glaub, ich hab ihn schon... Natürlich, ich glaub, ich hab ihn schon besiegt. Ah, ja, 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 ja. Äh, das sollte man wirklich nur spielen, wenn man entweder total depressiv oder angepisst ist. Und ich bin sowieso eben angepisst gewesen. Mit diesem Spiel, das steigert... Äh, das... Ja, klar, das bessert die Sache nicht unbedingt. Klar doch! Jo, ja. Schluck. Scheiße. Ich war so angepisst, ich hab mich an meinem Energy verschwürzt. Ich hab meinen Lappen gespuckt. Okay. Okay, jetzt bin ich wieder einigermaßen gut drauf. Ah, jetzt kann ich das auch so durchziehen. Komm und ab und ab und ab und ab und ab und ab und... Ey, das war gut! Komm, nehmen wir es doch einfach mal ein bisschen fun! Ja, Mann! Eins und zwei und eins und zwei und eins und... Ach, das war zu früh. Okay, aber kein Problem. Was zur... Der ist jetzt von alleine da lang gelaufen? Mhm. Okay. Oh, Mann. Gott, mein Hals. Eins und zwei und... Äh, natürlich. Ja, klar, klar. Mit mir kann man es ja machen, aber das ist mir so egal, denn ich werde dieses Spiel durchspielen. Oder auch nicht. Ähm. Ja, klar, 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 klar. Ey, ich will doch nur dieses Level schaffen. Wer will ich doch gar nicht? Danach ist mir alles egal eigentlich. Weil dann habe ich Tropelmann besiegt und dann bin ich gel... Ja, komm. Ah. Okay. Ah. Jetzt konnte ich mich nicht konzentrieren. Tut mir leid. Hm. Ach, ja, klar. Hm. 130 Tode. Oh, 131. Oh, ganz toll. Ja, 132. Ähm. Ach, zu schnell, fuck. Hm. Okay, und so. Und... Aber so langsam habe ich den Rhythmus irgendwann doch glaube ich drauf. Ich könnte das jetzt einfach mal zusammenschneiden zu so einer perfekten, äh, Sache, dass ihr immer nur meinen perfekten, besten Rush gesehen habt. Aber, ähm... Das wäre viel zu viel Arbeit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. No, no. Wub. Oh. Wuhuhuhuhu. Oh. Wuhuhuhuhu. Okay. Okay. Das schaffe ich nochmal. Ah, easy. Komm. Eins und zwei und eins und zwei und eins und... Nein, das war zu früh. Äh, eins und zwei und eins und zwei und eins und... Nein, das war schon wieder zu früh. Ey, komm, das schaffe ich nochmal. Wenn ich es einmal geschafft habe, schaffe ich es auch nochmal. Ach, das war zu früh. Ähm. Traupelmann, ich mach dich fertig. Ähm. Komm, komm. Nein, das war zu langsam. Ähm. Oh. Ach, fuck. Hm. Nicht aufregen. Einfach weiterzocken. Einfach weiterzocken. Ohne aufzuregen. Ich will nicht wütend werden. Ich will mich nicht aufregen müssen. Ich will einfach nur dieses Spiel zocken. Ach, fick dich. Scheiße, das war zu viel. Ähm. Ah. Keine Schimpfwörter, keine Schimpfwörter. Alles okay. Alles okay. Alles cool. Alles cool. Ach, verdammt. Alles cool. Alles cool, Alter. Ah, komm. Ah. Kommen. Oh. Level 10 von 30. Hm. Ey, das ist gar nicht so schwer. Das ist machbar. Wieso schaffe ich es denn nicht? Hm. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Ein Spiel für die ganze Familie. Wirklich? Ja, natürlich. Ähm. Hm. Na. Hey, so schwer ist das doch gar nicht. Okay, an der Wand. Und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Ach, komm. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und jetzt und jetzt und jetzt. Alter. Ja, klar. Äh, zu früh. Ähm. Nein. Hm. Oh Gott. Ich kotze hier vor Freude gleich. Weiter. 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 Nach. Hm. Ach, komm. Also ich, ich schaff das. Ich schaff das. Ich mach das so lange weiter, bis ich es geschafft habe. Äh, wenn ihr die ganzen Fails von mir sehen wollt, viel Spaß. Ansonsten einfach weiterspulen, wo ich es irgendwo mal geschafft habe. Bei 5000 Tonnen. Ja, klar, 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 klar. Hm. Zu schnell. Gott verdammte. Oh, Scheiße. Zu langsam. Hm. Hm. Nein. Oh Gott. Nein. Hm. Ich will wissen, wie das nächste Level aussieht. Das habe ich, ich habe keine, ich habe das, äh, zweimal vor einem Jahr oder so gesehen, wie man das perfekt durchgespielt hat auf YouTube. Ah. Oh. Okay. Hm. Hm. Gott, ich bin es so leid, langsam. Ernsthaft? Aber wirklich? Das macht doch keinen Spaß mehr. Oh, das sieht doch so einfach aus. Und eigentlich ist es das auch. Wieso tue ich mich dann so schwer daran? Mann. Ich habe es vorhin bis dahinten... Ja, klar. Ähm. Ich habe es vorhin bis dahinten geschafft. Das kann ich doch nochmal. Okay. 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 Oh. 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 Ähm. Ähm. Nichts. Nichts. Ähm. Nicht fluchen, Alex. Nicht fluchen. Ah. Okay. Es fällt mir langsam echt schwer, mich zurückzuhalten. Also zum Thema fluchen. Alter. Ernsthaft. Was? Was? Oh. Ich kriege eine Gänsehaut hier. Okay. 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 Komm. Vor wie vielen Toten habe ich es fast geschafft? Vor 50? Ah. Zu schnell. Oh Gott. Ich glaube vor 100 Toten war es sogar schon fast. Vor 100 Toten war ich schon mal da ganz hinten. Aber dann habe ich es verschissen. Weiter. Hm. Ach. Komm. Was? Hm. Oh. Ey. Dieses Spiel. Oh. Gott. Verdammt. Ja. Klar. Alter. Also für alle, die immer noch dabei sind. Wow. Ihr haltet einiges durch. Und wenn ihr denkt, es ist so einfach. Ich poste diesen fucking Link mal in die Videobeschreibung. Ich würde mich über Videoantworten freuen. Wie weit ihr gekommen seid. Wie weit ihr gekommen seid. Äh. Ja. Würde mich gerne mal interessieren. Ob ihr dieses beschissene Level geschafft habt. Und wie viele Versuche ihr gebraucht habt. Alter. Ja. Klar. 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 Ey. Schon über 200 Tore. Okay. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Tut mir leid. Tut. Okay. 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 Alter. Das finde ich langsam echt nicht mehr lustig. Duh. Was glaubt ihr, wie ich mich zurückhalten muss? Nicht zu fluchen. Alter. 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 Dieses Spiel... Wieso bewegst du dich denn hier? Wieso bewegst du dich? Wieso bewegst du dich denn hier? Irgendes beschissenes Drehspiel. Du beschissenest Drehspiel. Perfektes Drehspiel. Verpiss dich! Alter raus! Ich schlag dich grad raus! Ich bin so angepisst von dem beschissenen Spiel! Jetzt fluch ich doch! Ja doch! Das ist die beschissene... Raus. Bevor ich hier noch ausfallend werde. Ich will dieses beschissene Level schaffen. Ist jetzt schon seit 100 Toden dran. Ist mir doch egal. Beschissene! Was? Es ist mir so, Wayne, Alter. Jetzt verpiss dich aus dem Zimmer. Dieses beschissene Shop. Alter. Nein. Okay. No, let's just clean up your face. Let's take a look. No, let's go. Das war's für heute. Das war's für heute. Scheiße. Das ist ... Das ist ...